Nierenlöffel, Nierenlöffel, Spritzchen, was bitte? Oder lassen Sie, das brauchen wir noch nicht. Nehmen Sie mal hier noch mal ein kleines Klappchen. Spritz was? Ja, was ist das? Ich glaube, das sind jetzt schon sieben Minuten. Was sind sieben Minuten? Die hat keine Frequenz mehr. Achso. Ja, die tut sich auch nichts hier. Die ganze Zeit pummel ich da oben rum. Und keine Reaktion hier. Es riecht doch schon etwas. Achso, Mundschutz habe ich wieder vergessen. Also Sie meinen, seit sieben Minuten haben Sie keine Reflex mehr genannt. Herr González, kommen Sie mal nach dem Kardiograf. Ja, das Ding ist kaputt. Das ist kaputt. Kaputt? Ja. Professor Erika, was ist mit der Spritze? Haben Sie sich jetzt aufgezogen? Ja, ich glaube, können wir sparen. Meinen Sie? Ja. Was sagen Sie, Schwester Hilda? Tot. Kann man nichts mehr ändern, ne? Ja, wo auch das Wochenende, ja auch bald kommt, habe ich auch gar keinen Bock mehr. Wie wäre es, wenn wir abstimmen, ob der Patient tot ist oder nicht, wenn der Patient tot ist, wer meint, der Patient wäre tot, hielt den Arm. Gut, ja. Dann kann man nichts mehr machen. Ich entlasse Sie ins Wochenende. Ich bedanke mich bei der Vorhabe. Tschüsschen. Tschüsschen. Ach, entschuldigen, gibt es eigentlich noch Gegenstimmen? Also komm, hier, ja, der letzte Mal. Das habe ich froh gesehen. Der letzte Mal fliegt aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank.